Hier im Hotel Auersberg kommen die Mitarbeiter jeden Tag zum gemeinsamen Mittagessen zusammen. Überhaupt wird hier viel Wert gelegt auf einen gesunden Arbeitsplatz. Und seit heuer sind die Mitarbeiter sogar am Gewinn beteiligt. All das ist Teil der Gemeinwohlbilanz. Das Hotel bilanziert nicht nur finanziell, sondern auch nach ethischen Kriterien. Immer mehr Unternehmen in Salzburg orientieren sich an der sogenannten Gemeinwohlökonomie. Wie das geht, haben wir uns angeschaut. Woher kommt das Ei am Frühstücksbuffet? Woher das Schinken, der Käse oder das Brot? Am besten von heimischen Betrieben aus der Region, denn dafür gibt es besonders viele Punkte in der Bilanz. Für insgesamt 17 Bereiche gibt es Punkte in der Gemeinwohlmatrix. Auch dafür, wie die Betriebe in der Region miteinander statt gegeneinander arbeiten. Oder was sie für ihre Mitarbeiter tun. Im Hotel Auersberg wird der Gewinn mit der Belegschaft geteilt. Das ist natürlich schon etwas, wo man sich bewusst dazu entscheidet zu teilen, was sich aber sehr gut anfühlt. Und natürlich könnte man mit dem Geld auch investieren. Es ist ja immer genug da, was zu machen wäre. Aber man entscheidet sich auch bewusst, vielleicht Prioritäten zu setzen und mit etwas auszukommen. Rund 40 Mitarbeiter hat das Hotel Auersberg. Punkte gibt es, wenn Überstunden vermieden werden oder die Mitarbeiter am Gewinn beteiligt werden. Das ist ganz was Neues, aber das ist auch eine Motivation für die Mitarbeiter, dass jeder einen gewissen Anteil hat an diesem Gewinn. Und das motiviert natürlich auch, dass jeder ein bisschen weiß, es ist was dahinter. Doch wie sieht das bei einem kleinen Betrieb aus? Tischler Josef Scheinast hat zunächst viel investiert. Etwa in das Energiekonzept seiner Tischlerei. Hier wird aus jedem noch so kleinen Hackschnitzel Wärme erzeugt. Seine Heizkosten sind verschwindend gering. Auch für ökologisch nachhaltiges Wirtschaften gibt es Punkte in der Gemeinwohlbilanz. Doch Abzüge gibt es beim Tischler, weil die Lieferkette nicht immer nachvollziehbar ist. Wenn wir Holz einkaufen, bräuchten wir, um einen guten Nachweis zu haben, immer eine Garantie dafür, woher kommt das Holz. Und ein großes Problem ist aktuell noch wie vor, dass die Holzwirtschaft nicht sagt, woher zum Beispiel eine Birke kommt. Nicht nur Handwerker und Hotels, auch dieser Finanzmanager aus Mittersill bilanziert mittlerweile das Gemeinwohl seines Unternehmens. Er kontrolliert, wohin die Gelder seiner Kunden gehen, wofür sie verwendet werden. Ja, die kritischen Stimmen sind eher danach gerichtet, es sei eine Planwirtschaft oder es sei kommunistisch angehaucht. Ich denke, dem ist nicht so. Aber man muss sich selber damit genau beschäftigen, dann weiß man eigentlich, was so eine Gemeinwohlbilanz eigentlich ist. Und ich denke, man sollte genauer hineinschauen. Das hat eine Salzburger Delegation vergangenes Jahr bereits getan, nämlich in Südtirol. Das gilt als Musterland der Gemeinwohlökonomie. Dort bilanzieren nicht nur Betriebe, sondern ganze Gemeinden ihr Gemeinwohl. So auch die Marktgemeinde Latsch. Gemeinwohlökonomie ist dort in den Amtsstuben angekommen und nicht mehr nur politische Zukunftsmusik. Bei mir begrüße ich jetzt einen der politischen Vertreter der Gemeinwohlökonomie in Salzburg, Zyriak Schweighofer, Klubobmann der Grünen. Herr Schweighofer, wenn es nach Ihren Visionen geht, soll dieses Wirtschaftsmodell, die Gemeinwohlökonomie, auch auf politischer Ebene noch wesentlich stärker verankert werden? Das kann so ausschauen, dass Unternehmen, die Bilanzen erstellen, unterstützt werden beim Erstellen dieser Bilanzen. Das braucht eine entsprechende Schulung. Und ich kann mir natürlich langfristig vorstellen, das würde über Salzburg hinausgehen, dass Unternehmen, die gemeinwohlorientiert wirtschaften, entsprechend eher zu Förderungen kommen, weil das eben, wie gesagt, ein Verhalten ist, das uns allen nur dienen kann und uns auch im Land Salzburg wirtschaftlich sicher gut voranbringen kann. Wo genau profitiert denn da die Salzburger Wirtschaft von der Gemeinwohlökonomie? Wenn wir in Salzburg wollen, dass wir die regionalen Wirtschaftskreisläufe stärken, dann sind gerade Gemeinwohlökonomieunternehmen, die ja die Kooperation vor den Konkurrenz stellen, ideal prädestiniert dafür. Oder wenn wir jetzt unbedingt die Orts- und Stadtkerne beleben wollen, weil wir ja drohendes Aussterben erleben, dann sind auch wieder solche Unternehmen, die viel auf Kooperation setzen, auf regionale Kreisläufe setzen, eigentlich ideale Vertreter dieser Richtung. Jetzt haben zahlreiche Kritiker da auch Befürchtungen, wenn es zum Beispiel um Schlagworte wie Gewinnbeteiligung der Mitarbeiter geht. Viele fürchten da auch so etwas wie einen versteckten Kommunismus. Ja, da kann ich nur sagen, das ist eigentlich blanker Unsinn. Mitarbeiterbeteiligung entscheidet jeder Unternehmer selber, ob er die haben will oder nicht. Wenn er seine Mitarbeiter verstärkt einbinden will, dann entscheidet er sich dafür, vielleicht auch gemeinsam mit den Mitarbeitern. Und von Kommunismus ist weit und breit nichts zu sehen. Man braucht sich ja nur die Unternehmen anschauen. Das sind alles mittelständische, gut funktionierende und gewinnmachende Unternehmen in unserer Region oder auch in anderen Regionen. Danke, Zyriak Schweighofer. Ob sich die Gemeinwohlökonomie auch in Salzburg durchsetzt, bleibt abzuwarten. 16 Betriebe haben jedenfalls vergangenes Jahr hier in Salzburg nach dem Modell bilanziert.